Einen guten Start nach dem Wochenende hat der DAX hingelegt. Das ist durchaus Anlass genug, da mal drauf zu gucken, wie es da weitergeht. Wir wollen uns mal die Indizes anschauen, natürlich nicht nur den DAX, auch die Amerikaner, und dann mal sehen, was es damit auf sich hat, insbesondere nachdem ich am Wochenende ja das eine oder andere für viele vielleicht verstörende, verschreckende Video bereitgestellt habe zum übergeordneten Bild. Wir gucken uns jetzt mal an, was es denn jetzt im Nahkampfbereich ausmacht, das Bild, ob wir eher von erstmal einer Gegenbewegung ausgehen sollten oder eben nicht. Vielleicht noch ein Wort front-up, weil ich habe natürlich leider noch nicht alle Kommentare dazu lesen können, aber was ich ganz häufig gesehen oder immer wieder auch sehe, ist so Hinweise, dass das doch immer schwierig ist mit der Vorhersage der Charts und ob das dann wirklich so ist. Das klingt doch alles mehr nach Astrologie oder nach Rumraten, Kaffeesatzleserei, sowas in der Richtung. Ich will mal das so formulieren. Kaffeesatzleserei ist, wenn ich sage, wenn du morgen mit dem Auto unterwegs bist, wirst du einen Unfall haben und dabei ums Leben kommen. Das ist Kaffeesatzleserei oder Wahrsagerei. Ich weiß nicht, wer das beherrscht. Ich zumindest kann es nicht. Das ist nicht das, was Charttechnik ausmacht. Charttechnik ist, die sagt, wir haben aktuell ein kaltes Wetter. Es ist Regen durchaus realistisch möglich. Wir wissen ja nicht, ob es regnet. Keine Ahnung. Aber wenn es tatsächlich regnet, dann wird es glatt und dann ist die Unfallgefahr sehr groß. Also auf jeden Fall brauchen wir einen Anschnallgurt, wir brauchen einen Airbag, wir brauchen dieses oder jenes und dann können wir überlegen, ob wir wirklich losfahren wollen in der Situation oder ob wir eben sagen, nee, die aktuelle Situation gefällt mir nicht so gut. Ich muss nicht unbedingt jetzt im Moment raus. Ich spare mir das Ganze. Also die Charttechnik ist natürlich kein Instrument, um in der Zukunft, um jetzt schon zu wissen, was die Zukunft bringt. Wie soll das auch gehen? Also bitte, bitte, wenn immer ihr meine, aber auch andere charttechnische Artikel lest oder seht, es geht nicht darum, dass wir daran die Zukunft ablesen können. Es geht aber darum, dass wir uns dessen bewusst werden, sind im Moment eher mehr gefahren, eher weniger gefahren und wie gehe ich damit um? Ein Thema war zum Beispiel, ja, aber im Nachhinein stellt sich es ganz anders raus. Richtig, am Ende machen wir gar keinen Unfall, dann hätten wir uns gar nicht anschnallen müssen. Was für ein Mist. Völlig umsonst angeschnallt. Ihr seht, wie absurd das ganze Thema ist. Es geht also bei der Charttechnik darum, dass wir erkennen, was durchaus realistisch im Moment möglich ist und dann können wir darauf abgeleitet natürlich unsere Handelsentscheidungen fällen, nämlich ich fahre gar nicht oder ich fahre ein bisschen langsamer oder wenn ich schon fahre, schnelle ich mich an, habe ein Airbag aktiviert und ein Auto, das relativ gut gebaut ist, wo ich nicht gleich Angst haben muss, dass es gleich kritisch wird. Also vielleicht ist es damit ein bisschen nahe zu bringen, wie ihr Charttechnik auffassen solltet, weil ich immer noch den Eindruck habe, wenn ich das lese, dass ihr glaubt, dass man damit eventuell die Zukunft vorhersehen kann. Nein, das ist tatsächlich schwierig, ums Wort gar nicht möglich, mal außen vor zu lassen. So, aber wir gucken trotzdem mal drauf, wie die aktuelle Situation tatsächlich ist. Wie ist denn die Kleinwetterlage? Die Großwetterlage haben wir schon angeguckt. Jetzt gucken wir mal die Kleinwetterlage an und die ist beim DAX gar nicht so schlecht. Warum ist jetzt mit dem Gap nach unten angefangen? Ich habe extra hier den Index mal. Also das ist vor dem Wochenende, das ist nach dem Wochenende. Wie kann er denn da begeistert sein? Wir sind doch negativ aktuell. Gestern, äh nicht gestern, am Freitag waren wir noch hier im Schlusskurs, jetzt sind wir hier noch tiefer, also 12.850 Roundabout jetzt hier beim Index. Das ist doch keine gute Nachricht. Was erzählt er denn da? Völlig richtig, aber mir gefällt die Art und Weise, wie der Kurs sich bewegt hat, denn das ist etwas, wenn der Markt sich möglichst dynamisch, zwar mit Rücksetzern, aber Rücksetzer, die voneinander entfernt sind, mehr oder weniger, sich in eine Richtung bewegt und anschließend, das weiß ich noch nicht, ob das so passiert, denn mindestens dieser hinterer Teil dieser Bewegung, der ist ja noch nicht da. Seht ihr? Da fehlt noch ein Stückchen. Nur wenn es so wäre, dann hätten wir wieder eine starke dynamische Bewegung nach oben. Wir hätten dann, wenn dem so wird, eine wackelige Bewegung nach unten, in dem Fall sogar dreiwellig, und wir hätten eine sehr realistische Chance, dass sich das hier hinten nochmal wiederholt, sprich, wir haben die Chance auf ein bullisches Bild. Und da sind wir jetzt genau bei dem Knackpunkt. Ich weiß doch jetzt nicht, ob das hier passiert. Das ist doch nicht vorhersehbar, ob das tatsächlich so kommt. Ich halte es für sehr realistisch, dass es passiert, aber ich habe ganz viele realistische Ideen, die nicht immer alle wahr werden. Trotz alledem, wenn es denn so passiert, ist es sehr typisch, dass die Marktteilnehmer, und dabei geht es ja gar nicht um mich, denn das habe ich auch häufig gelesen, ja, und jetzt hast du deine Meinung gewechselt. Meine Meinung spielt beim Markt gar keine Rolle. Es geht mir nie um meine Meinung. Der Vorteil ist, deshalb habe ich auch nie Recht oder Unrecht, weil was ich denke, spielt keine Rolle. Das ist unentscheidend. Das, was die Marktteilnehmer machen, und die Marktteilnehmer verhalten sich halt sehr häufig, sehr typisch nach diesen Verhaltensformen. Nicht immer, aber eben so, dass man sagen kann, wenn ich hier schon mal irgendwie, das geht im langfristigen Chart genauso, und dann eine A, B, C Gegenbewegung bekomme, dass ich dann sagen kann, das, was wir ungefähr das, was wir vorne haben, bekommen wir halt da hinten nochmal. Das muss nicht immer exakt so sein. Nur weil ich jetzt ein Beispiel gezeigt habe, guck mal, da hat es auch geklappt, ist das noch längst nicht das Zeichen, dass es natürlich immer klappt. Aber es ist eine Orientierungshilfe für unsere Handlungen. Und jetzt, falls das jemand nicht mitbekommen hat, ich liege regelmäßig falsch mit meinen Entscheidungen. Regelmäßig. Also das will ich gar nicht, weil häufig dann ist ja, aber nachhinein wird es dann wieder schön geredet, wenn es anders war. Nee, darum geht es ja gar nicht. Weil ich ja nicht weiß, was passiert, kann ich es ja auch nicht schön reden oder nicht. Ich kann nachher vielleicht eine Begründung geben, dass man sagt, ja, guck mal, da haben sie gedreht, ihre Meinung. Die Fähigkeit des Händlers liegt nicht in der Vorhersehung. Die Fähigkeit liegt darin zu sagen, wenn ich das Ding handele, beispielsweise, dann habe ich eine relativ hohe Gewinnweite gegen eine relativ übersichtliche Verlustweite. Das ist das, was entscheidend ist für einen Händler. Das unterscheidet übrigens auch sehr viele, die auf die Märkte gucken, weil es doch, das merke ich auch immer wieder an den Feedbacks, was völlig in Ordnung ist. Mir ist aber wichtig, dass ihr euch selber dessen bewusst seid. Viele Marktteilnehmer sind Liebhaber. Sie mögen einen Chart und sagen, nee, das kann ich mir nicht vorstellen, das ist bestimmt so. Das ist ein gutes Produkt, ein toller Markt und die Situation ist ganz anders. Das ist nicht das, was ein Händler macht. Wenn ihr sagt, nein, ich möchte gerne idealerweise für einen Kontrakt oder für einen bestimmten Markt sprechen, ist das natürlich völlig in Ordnung. Ein Händler denkt komplett anders. Der Händler, dem ist das im Zweifelsfall egal. Er lagst du mit falsch. Ja, na und? Ist doch egal. Ja, das ist eine Fehleinschätzung. Ja, na und? Die Fehleinschätzung kostet mich viel weniger, als wenn ich dann wieder richtig liege. Dessen müsst ihr euch immer bewusst sein. Überlegt euch, ob ihr euch mehr auf der Händlerseite seht. Das heißt, dass ihr versucht, aus diesen Situationen etwas zu machen. Einfach egal, in welche Richtung jetzt, ob das jetzt gut ist oder schlecht, was viele auch dann natürlich schreiben, nachvollziehbar. Wer hier oben noch gekauft hat, der findet das überhaupt nicht witzig, dass der Kurs hier runter geht. Was ich vollkommen nachvollziehen kann. Aber leider geht es bei uns Charttechnikern ja nicht darum, ob was witzig ist oder nicht, sondern es geht darum, macht er es oder macht er es nicht. Und die Wahrscheinlichkeiten dafür sind halt an bestimmten Stellen höher, als das nicht so ist. Und ich sage bewusst die Wahrscheinlichkeiten, denn es geht nicht darum, jetzt ist klar, was passiert, sondern es kann sein, dass die Wahrscheinlichkeit von 49 auf 65 Prozent gewechselt ist. Nur ein Beispiel jetzt. Und damit längst noch nicht sicher ist, aber mir die besseren Chancen auf der einen oder auf der anderen Seite dann eben geben. So, das nochmal so ein bisschen am Rand. Ein kleiner Exkurs, damit ihr auch besser nachvollzieht, wie wir Charttechniker denken. Denn ich sehe, dass die meisten gar nicht verstanden haben, wie ein Charttechniker herangeht und dementsprechend völlig nachvollziehbarerweise dann natürlich zu völlig falschen Schlüssen kommen und sagen, das taugt ja alles nichts. Das kann ich mehr als nachvollziehen. Und leider gibt es in der Branche genügend Leute, die sagen, hey, guck mal, das sehe ich hier und genau so wird es kommen. Das prophezeie ich euch. Da halte ich mich mal vornehm zurück. Meine Prophezeiungen. Weiß ich nicht, wie gut die sind, aber meine Gestaltung der Trades ist offensichtlich nicht ganz doof. So, auf jeden Fall lassen wir das mal so im Raum stehen. Gute Voraussetzungen hier eigentlich. Da das relativ stark im Moment ist, fände ich es jetzt sehr angenehm, wenn das möglichst wackelig ist. Dann haben wir nämlich Dynamik hoch, wackelig runter und eine sinnvolle Möglichkeit, hier nochmal in dynamische Richtung hochzugehen. Das wird das bullische Bild nicht notwendigerweise beenden. Dann sind wir dann halt irgendwo vielleicht mal hier. Aber es ist ja auch denkbar, dass er dann von da weitergeht oder eben nach oben. Das werden wir hier entscheiden. Das wird nicht hier entschieden. Das wird hier entschieden. Und viele haben natürlich vollkommen recht. Das entscheiden auch nicht wir an der Stelle, sondern das werden die Marktteilnehmer entscheiden aufgrund der Nachrichtenlage, die wir dann haben. Ob das mit der Ukraine zu tun hat, ob das mit Zinsen zu tun hat, ob das irgendeine Naturkatastrophe ist oder irgendwelche Energiepreisentwicklung. Das wissen wir natürlich alle jetzt noch nicht. Aber die werden hier dazu führen, dass die Marktteilnehmer da an dieser Stelle hier quasi dann entscheiden, ob sie Bock haben, weiterzulaufen oder sagen, nö, nö, wir haben unsere ABC und lass mal drehen. Und das ist natürlich nicht Zufall, dass das hier entschieden wird im Regelfall, sondern es ist so, dass die Marktteilnehmer bis dahin den Kurs sehr gerne treiben, da dann in die Warteposition kommen, weil sie sagen, nö, jetzt weiß ich nicht so genau. Es sei denn, die Situation ist super, dann laufen sie direkt weiter. Ja, also dass ihr so ein bisschen in die Denke reinkommt, wie die Marktteilnehmer, die solche Aspekte mit berücksichtigen, eben da vorgehen. So, aber das war jetzt der deutsche Markt. Was macht denn der amerikanische Markt? Da sind wir noch so ein bisschen dran. Und das jüngste Bild jetzt gerade für die Intraday-Freunde unter uns, die sehen, ich mache mal fünf Minuten Chart. Na, guck mal, Rüdiger, das sieht doch so ähnlich aus. Hatten wir da nicht auch eine 1, 2, 3, 4, 5? Und dann hast du gesagt, es geht dann so und anschließend so. Nein, nicht ganz richtig. Ich habe gesagt, wenn er das macht, dann kann ich hier long gehen. Wenn er natürlich hier steil runter geht, dann gehe ich nicht long. Ist ja nicht wackelig runter. Wenn ich eine starke Bewegung habe und eine schwache Bewegung, dann gehe ich in die starke vorzüglich. Dabei ist mir egal, ob die runter geht und wackelig hoch geht oder ob das wie hier umgekehrt ist. Wenn ich aber so einen Fünffäller habe und der Kurs geht dann stark runter, dann werde ich einen Teufel tun und auf die long Seite in dem Moment wechseln. Das kann ich immer noch, wenn der Kurs jetzt wieder Stärke zeigt und sowas macht. Wenn der Kurs jetzt aber als nächstes wackelig hoch kommt, seht ihr selber, dann ist das. Und ob das jetzt hier passiert oder da passiert, wenn er noch ein bisschen tiefer geht, ich weiß es nicht. Das weiß kein Mensch. Das hängt vielleicht wirklich davon ab, was wir für nächste Nachrichten bekommen. Deshalb ist es wichtig, dass ihr die Nachrichtensituation nicht aus dem Hinterkopf nehmt und sagt, nee, das ist völlig uninteressant. Das Wichtige ist nur, ich muss dann nicht entscheiden, ob das gute oder schlechte Nachrichten sind. Das entscheiden die Marktteilnehmer, nämlich indem sie durch sowas oder durch starke Bewegungen oder starke hier wie auch immer Bewegungen ihr Votum fällen. Es geht also nicht darum, ob ihr das eine gute Nachricht als einschätzt, sondern was die Marktteilnehmer machen. Also das ist ganz wichtig aus meiner Sicht an der Stelle. Hier ebenfalls beim S&P 500. Ihr seht das Bild. Ach, ich mache es nochmal einmal in groß. Sorry, weil ich weiß, dass einige das auf den kleinen Geräten gucken. Das ist jetzt hier in 15 Minuten. Ich mache mal fünf Minuten draus. Da habt ihr noch mehr Details. Dann seht ihr, hier war es noch eine starke Bewegung. Hier war ganz klar wackelig, eigentlich dreiwellig, wenn man die Hochs und Tiefs nimmt und dann die Fortsetzung dessen erstmal. Die letzte, die jüngste Bewegung von heute Nachmittag ist stark nach unten. Geht der Kurs jetzt als nächstes wackelig oder ABC, also entweder mehrfach wackelnd wie hier oder von mir aus auch nur ABC, wie jetzt vielleicht hier das war, nach oben. Dann wäre das der Trigger für die vorläufige Fortsetzung. Typischerweise gleiche Länge. Nochmal, wenn das die erste ist, da der Kurs von hier unten da hochgegangen ist, kann man sagen, das ist die erste. Also die erste runter, Gegenbewegung und dann das Ganze nochmal. Genauso hier, wenn das hier die erste ist, das quasi da nochmal. Das ist immer so die Groborientierung. Das ist nur eine Orientierung, das ist keine Weissagung oder war keine, so wird es genau passieren. Aber wenn ihr irgendwo eine sehr starke Bewegung seht, gefolgt von einer sehr schwachen Bewegung, das auch noch die erste Welle ist, weil der Kurs vorher von oben zum Beispiel kam, dann könnt ihr davon ausgehen, dass die Voraussetzungen für weiter steigende Kurse ganz gut sind. Vorläufig. Und dann könnt ihr immer noch sagen, der fängt aber an, nicht mehr so stark zu laufen. Ihr seht ja hier schon, dass wir hier dauernd Rücksetzer haben mit Überschneidung. Spätestens da, wenn man hier keine Gewinnmitnahme machen will, weiß man, ich muss damit rechnen, dass die keinen Bock auf mehr haben und dementsprechend dann halt Gewinne mitnehmen oder zur Not wenigstens auf dem Einstieg den Stopp nachziehen. Das ist die Kunst der Trader. Nicht die Vorhersehung oder sonst irgendwas, sondern dass man dann sagt, okay, ich erkenne ja, dass das Marktverhalten sich verändert. Wenn die Leute satt sind, dann setze ich nicht da drauf, der bestellt noch einen Nachtisch, der hat, aber der hat schon, der kann doch kaum noch kauen hier. Ja, aber der bestellt, bin ich mir ganz sicher, das ist doch, macht doch keinen Sinn. Ja, ich gucke mir an, wie die Marktteilnehmer drauf sind und wenn ich sehe, sie haben schon kaum noch Kraft, dann muss ich nicht noch auf die Long-Seite wechseln. Wenn ich Long bin, entweder nehme ich Gewinne hier oben, versuche ich irgendwo rauszugehen, so 1 zu 1 Projektion oder von mir aus ziehe ich einen Stopp hinterher. Aber ich bin dann erstmal safe und habe dann vielleicht noch einen kleinen Gewinn oder vielleicht auch meinen Buchgewinn wieder abgegeben, aber ich muss doch da nicht mehr ins Risiko gehen. So, und das ist genau das Gleiche, was wir hier im Prinzip zu erwarten haben, wenn er jetzt hier entsprechend wackelig kommt. Wird es nicht wackelig, wird er jetzt hier steil nach oben gehen, werde ich natürlich nicht shorten, sondern dann wird es wackelig nach unten sein, was mich dazu motivieren würde, wenn es denn tatsächlich kommt, an der Stelle wieder Long zu gehen. Mit der Maßgabe dynamisch hoch, wackelig runter und anschließend die Fortsetzung nochmal. So, und ihr könnt es erahnen, das ist nichts großartig anderes. Beim Nasdaq Future jetzt hier in dem Fall auch natürlich wie bei den anderen Amerikanern. Wir haben eine ähnliche Situation. Allerdings bei allen dreien, ihr könnt euch das Video nochmal in Ruhe angucken, wenn ihr wollt, habt ihr so halbwegs die Situation, dass das relativ stark und unterschiedlich schwach diese Geschichte ist. Da gibt es aber keinen vernünftigen Trigger. Wo soll ich das triggern? Hier oben? Ist mir zu hoch. Ich steige doch nicht da oben ein, um eine Mindestzielerwartung zu haben, die mich bis dahin führt. Super. Meine Gewinnerwartung ist das und meine Absicherung liegt irgendwo entweder da unten oder von mir aus habe ich einen Stopp hier. Ja, das passt dann nicht mehr. Ja, sehe ich doch mit bloßem Auge, dass ich hier kein gutes CRV, kein gutes Chance-Risiko-Verhältnis habe. Das heißt, um hier richtig zu liegen oder Gewinn zu machen, brauche ich eine hohe Trefferquote. Ich weiß nicht, wie gut euer Weissagungsfrosch oder sonst irgendwas funktioniert, aber wenn der nicht super gut ist, ist das kein Deal. Das heißt, dieser Einstieg hier macht aus der Sicht keinen Sinn, es sei denn, ihr behauptet, der Kurs steigt weiter. Wenn ihr das schon wisst, ist super. Ich weiß es nicht, denn das ist dann wieder die Frage, bekommen wir nur ein ABC-Pattern mit abwärts oder wird ab da weiter gelaufen? Da muss ich wieder raten. Oder ich habe vielleicht eine gewisse Statistik, dazu gibt es Statistiken, das ist gar keine Frage, aber es ist umso mühsamer. Das ist aus dem Grund, da oben natürlich kein Einstieg. Ein sehr schöner Einstieg könnte sein, wenn der Markt als nächstes hochkommt, wackele ich runter, dann kann ich sagen, das weiß ich nicht so richtig, aber wir sind dynamisch hoch, wackele ich runter, zack, und die Fortsetzung. Und wenn wir hier eh schon in der Fortsetzung sind und dann ja vielleicht auch in die Nähe oder sogar da drüber kommen, je nachdem, wie die ausgestalten, ich habe es jetzt hier vielleicht ein bisschen blöd gezeichnet, aber wenn das ungefähr so ist, dann kann ich sagen, ah, Moment mal, eigentlich müsste ja auch dieses Bild so halbwegs aufgehen, dann muss ich ja nicht zwangsweise hier Gewinne mitnehmen, sondern kann sagen, wenn ich hier eh schon reingegangen bin mit Zielrichtung hier, und dann kann ich es auch laufen lassen mit Zielrichtung hier an der Stelle. Diese Videos sind natürlich zugegeben jetzt eher was für den Nachmittag, wenn ihr jetzt etwas längerfristig unterwegs seid und euch die Frage stellt, was bringt mir das denn als längerfristig orientierter? Einerseits das Verständnis für die Situation, denn nichts anderes sehen wir regelmäßig im Wochenchart, im Tageschart, auf noch kleineren Zeitebenen und auch auf noch größeren Zeitebenen. Falls ihr das selber seht, seid froh und reagiert entsprechend. Wenn ihr es noch nicht selber seht, schaut euch diese Videos an. Ich zeige euch das so lange, bis ihr sagt, naja gut, jetzt sehe ich es halt auch. Und bitte, bitte geht niemals davon aus, dass ihr anhand der Charts oder anhand von fundamentalen Nachrichten oder anhand von sonst irgendeinem Hilfsmittel die Zukunft ablesen könnt. Das ist grober Unfug. Es geht nur darum, kann ich das, was ich nicht weiß, so gestalten, dass es für mich eher vorteilhaft ist, egal welches der Szenarien passiert. Das heißt nicht, dass deshalb keine Verlusttrades mehr stattfinden, aber die Verlusttrades werden weniger und sie werden nicht so stark sein wie die Gewinntrades. Das ist die Aufgabe der Charttechnik. Bitte fasst es so auf, alle eure Handelsentscheidungen. Oh Gott, oh Gott, ich rede schon viel zu lang. Euch alles Gute, liebe Grüße.